Sind Sie aus dem Gleichgewicht? Haben wir Heißhunger? Die Verdauung funktioniert nicht richtig und der Stoffwechsel kommt zum Erliegen. Ich spreche von unseren Hormonen. Doch wie programmiert man seine Hormone um zu wahren Abnehmhelfern? Wichtig ist hier eine Kombination aus Bewegung, Ernährung und vor allem Regeneration und Erholung. Denn nichts bringt die Hormonbalance mehr durcheinander als Stress. Auch Schadstoffe aus der Umwelt können unsere Hormone verwirren. Es gibt mehr als 800 Chemikalien in Verpackungen, Pestiziden, Fungiziden, die hormonaktiv wirken. Und das bedeutet schlechtere Haare, schlechtere Fingernägel, Verdauungsprobleme, Allergien und einen schlechten Stoffwechsel. Ich bin Nadine Zott von Zott Fitness Wellness und Bar und vielleicht wollen Sie ja mehr über Ihre Hormonbalance erfahren. Dann klicken Sie hier unten. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Wunschfigur zu erreichen, ohne strenge Fastenkuren oder harte Sportprogramme. Ich freue mich, wenn wir uns in einem unserer Clubs in Waiblingen-Weinstadt oder Schondorf persönlich kennenlernen.